Vermeiden Sie Fehlgeburt die besten Behandlungsmöglichkeiten Vaginale Blutungen während der Schwangerschaft kann das erste Warnzeichen für eine Fehlgeburt sein. Doch etwa 20% der Frauen haben vaginale Blutungen während der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft, und weniger als die Hälfte von ihnen misslingen. Und 75% der Frauen, die 3 oder 4 Fehlgeburten gehabt haben, wird weitergehen eine erfolgreiche Schwangerschaft zu haben. Wenn Sie vaginal schwanger und Blutungen sind, wird der Arzt wahrscheinlich eine Ultraschall verwenden, um festzustellen, ob Ihre Schwangerschaft gesund ist. Eine Ultraschalluntersuchung kann helfen, festzustellen, ob ein Herzschlag des Fötus ist und ob die Fruchtblase, die den Fötus umgibt, ist normal. Es kann auch sagen, ob die Platzen tertrennt. Ein Ultraschall wird auch helfen, festzustellen, ob die Schwangerschaft ektopischer ist, tritt außerhalb der Gebärmutter, wie in einem der Eileiter, oder ob Sie spontan ein Fötus in einer Zwillinge- oder Drillingeschwangerschaft abgebrochen haben. Eine Fehlgeburt kann sehr emotional belastend sein für Sie und Ihren Partner, aber auch Ihren Tribut auf den Körper aufzunehmen. Eine Fehlgeburt ist definiert als ein Fötus zu verlieren, spontan oder auf andere Weise, vor 20 Wochen der Schwangerschaft. Im Folgenden sind einige hilfreiche Informationen, wie man sich selbst zu kümmern, sowohl physisch als auch emotional, vor der nächsten Schwangerschaft. Schritte zum Mischkarriager-Erholung Sobald Ihre Zeit ist gekommen, weiter zurück, gut zu essen. Wir schlagen vor, eine Fruchtbarkeit Ernährung. Nährende Foods Eines der einzigen besten Dinge, die Sie für sich selbst nach einer Fehlgeburt tun können, ist Ihr Körper mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. Der Körper wird physisch durch eine Menge von Änderungen gehen, kann der Geist fühlen sich überfordert und erschöpft, und Sie können ein emotionales Wrack sein. Pflegeende Ihren Körper mit einfachen, schnellen Vollwertkost ist von entscheidender Bedeutung. Weil Sie als gewöhnlich mehr Blut verlieren, werden Sie Ihre Aufnahme von eisenreiche Lebensmittel wie auch zu erhöhen. Denken Sie an Lebensmittel, die reich an Vitaminen und Mineralien, Lebensmittel, die Unterstützung Energie und Körperfunktion helfen. Suppen, Smoothies und Eintöpfe in den Sinn kommen. Diese Lebensmittel sind leicht verdaulich und kann leicht herstellbar. Und Sie sind in der Regel mit einer Vielzahl von nahrhafter Vollwertkost gefüllt. Haben Sie keine Angst, um Hilfe zu bitten, wenn Sie es brauchen. Vielleicht ist Ihr Partner für die erste Woche kochen, oder Sie können ein Familienmitglied oder ein enger Freund bitten Sie, um eine Mahlzeit zu bringen, oder kommen und helfen, eine Mahlzeit vorzubereiten. Diese Art der Unterstützung kann helfen, Ihre Hormone wieder auf die Strecke zu bekommen, um den Menstruationszyklus regulieren wieder. Stressreduzierung Nehmen Sie sich Zeit, Stress zu reduzieren und fördern allgemeinen Wohlbefindens. Wir sind mehr als unsere physischen Körper, die Behandlung selbst holistisch wird sich stark Ihre Chancen auf Heilung zu verbessern, so dass Sie in eine erfolgreiche, gesunde Schwangerschaft zu bewegen. Suchtberatung Versuchen Sie, die Flaue Sengestern von Bethlehem, richtet Sie an die Gefühle von Verlust. Aktiv engagieren Ihre Körpertherapien bei der Heilung. Schließen Sie sich einer Fehlgeburt-Supportgruppe oder Forum. Journal über Ihre Reise Bestätigen Sie Ihre Verluste, nehmen Sie sich Zeit zu trauern, lassen Sie sich Raum, um die Erfahrung zu verarbeiten. Beten Bewusst danken Sie Ihrem Körper für alles, was Alltag ist nicht. Glauben Sie an Kapazität Ihres Körpers sich selbst zu heilen. Holen Körperarbeit getan oder tun Körper an sich arbeiten, Reiki, Maie Bauchmassage oder selbst Fertility Massage TM oder Akupunktur. Meditieren oder eine gesunde Schwangerschaft zu visualisieren für Sie geschieht, via Körperheilung. Sagen Sie täglich positive Affirmationen. Emotional Freedom Technique, FD Auch unterstützt der Infektionsprävention und ist entzündungshemmend. Fertility Reinigungs Fertility Reinigung konzentriert sich auf die Gesundheit der Leber und Gebärmuttergesundheit. Speziell für die Fruchtbarkeit Reinigung ist sehr unterstützend und ermutigend für die Fruchtbarkeit und das Fortpflanzungssystem. Zwar gibt es viele große Reinigtes gibt, die sich auf eine Reinigung spezifisch für Fruchtbarkeit zu tun wird, die sicherste und schonendste und unterstützend zu sein, während Sie für die Schwangerschaft vorbereiten. Fertility Massage Fertility Massage hat viele Vorteile für die Frauen von einer Fehlgeburt erholt. Fördert das hormonelle Gleichgewicht. Hilft frisches Blut in die Gebärmutter zu bringen. Hilft gegen Stress und Stresshormone reduzieren. Erhöht Durchblutung der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses. Verbessert die Hormonsystemkommunikation. Ermutigt die Leber loszuwerden überschüssige Hormone. Hormonelle Gleichgewicht fördert durch die hormonelle Feedback-Schleife zu stärken. Hilft dem Körper, sich von alten stagnierenden Blut zu befreien und Geweben. Massage kann auch die Heilung von emotionalen Trauma helfen, eine Frau zu helfen, die einen Verlust der Schwangerschaft und körperliche Schmerzen zu ihr Fortpflanzungssystem gelitten hat. Es tut dies, indem sie lehren, wie man mit dem Fortpflanzungssystem wieder zu verbinden. Diagnose Blutdests sind in der Regel getan, um ihren Blutgruppe zu überprüfen, und überprüfen sie die Ebene von humanem Choriongonadotropin, Beta-HCG, ein Hormon, das von der Platzen da in den Körper freigesetzt werden, wenn sie schwanger sind. Wenn die Menge des Schwangerschaftshormons in ihrem System niedrig ist oder wenn wiederholte Tests zeigen, hat sich das Niveau im Laufe der Zeit verringert oder ist nicht so stark wie erwartet steigen, ist dies ein Zeichen sie eine Fehlgeburt gehabt haben können.